Der Damm scheint jetzt nur noch einen Katzensprung entfernt zu sein. Ich muss mich beeilen, denn die Aurora wird bestimmt nicht lange warten. Ja und nach der letzten Folge setze ich mich dann doch nochmal ran. Ich habe jetzt hoffentlich den richtigen Kniff, wie mir dieser Teil zu schaffen ist, raus. Und damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play Me 2 Exodus. Ich brauche da gerade. Boah, Alter, diese Viech, diese Viecher geht mir auf und mir geht einfach mit der Situation gerade so ein bisschen auf den Piss. Aber wir haben nicht mehr so viel. Ich habe mal reingeguckt und für wie lange die Story nach ist, also so übertrieben viel ist es nicht mehr. Ich kann natürlich nicht sagen, wie viele Folgen jetzt wir noch haben, aber es sind, glaube ich, irgendwie noch sieben oder acht Folgen vielleicht danach. Ach, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch mehr, aber ich habe noch zehn, vielleicht auch zwölf. Ich habe keine Ahnung, ich schaue mal nochmal, wie das ganze Ding erwartet. Ich mache ja deutlich kürzere Folgen als der Herr, wo ich die Sachen reingeguckt habe. Deswegen werden es wahrscheinlich bei mir irgendwie doch mal 15 Folgen werden, also ich weiß es auch nicht. Aber wie gesagt, ich mache mir da auch gar keinen Stress oder sonst irgendwas in der Richtung. So, wir wollen jetzt einfach versuchen weiter zu gucken. Das heißt, was mir so ein bisschen schön ist, ist das mit dem fehlenden Filter. Ich hoffe, dass wir es irgendwann auf die Reihe kriegen. Na komm, Spiel. Gib mir was zu laden. Ich hoffe, dass wir uns auf die Reihe kriegen. Ja, der braucht wieder so ewig mit dem Nachladen. Spiel. Da bin ich aufgeworfen. Da bin ich aufgeworfen. Da bin ich aufgeworfen. Ich bin verrägt, jetzt eh wieder. Nein, ich krieg die Scheiße. Ja, Mann, leck ich doch am Arsch. Genau, denn im Moment kriege ich doch ein von der Scheißschlange mit. Und hier, liebe Leute, ist der Generator. Mann. Nein. Oh, da fällt er nicht. Das war der richtige Weg. Dieser Scheißschlange hat und ich habe ja alles frei gemacht. Bitte, bitte jetzt. Nein. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ah, Spiel. Ich will jetzt eigentlich nur wieder hier raus, wenn ich mal einen neuen Filter machen könnte. supposed zu machen. Und wie muss ich hier wieder rauskommen? Ach, meine Güte! Hoffentlich habe ich die Möglichkeit, irgendwie mal wirklich neue Filter anzubauen. Oder überhaupt herzustellen oder sonst irgendwas in die Richtung. Hallo? Hallo? Oh, nö! Hätte, glaub ich, nicht mal mehr einen, oder? Ich halte das jetzt echt daran, dass ich keine Filter mehr habe, weil, wie gesagt, der richtige Weg wäre ja da. Ah, dieses Spiel manchmal. Ah. 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 Das war's für heute. Ich habe keine fucking filter mehr oder was Wollte mich jetzt überraschen Was rächt die ganze Scheißding da rum Nimm den Kack da weg Ich kotze gleich an Ich brauche mal wie eine Werkbank Ah ne stimmt der gibt es ja keine Oh dieses Spiel regt mich manchmal Ich habe keinen fucking filter mehr Ja ich weiß wo lange ich muss Ich habe nur keine Ahnung Alter Ich habe mal Da muss man nochmal verrecken Ich kriege dieses Spiel gerade Ich habe die Motten Von dem Spiel Ich habe die Motten So Geh weg Ich habe mich Danksam Dann kriege ich da Oh man diese Spiele Nervt mich Nur weil ich wirklich keine Weil ich keinen filter mehr habe Weil ich damit verkackt habe Dass das Ding zu ist Und ich kann keine neuen Wenn du keine neuen filter Ich kann eine Scheiß Werkbank haben Oder was Ich dachte mir wunderbar Du bist damit durch Wir drücken dir noch Schön ein Rhein Und du hast es fast geschafft Aber nein Wir drücken dir noch ein Rhein Ah, geh weg, Mann! Hau ab, Mann! Geh mir nicht auf den Sack, ey! Ich muss doch hinterherlaufen! Und dann läuft dieses Mist, ich will mir auch noch wieder hinterher, Mann! Und wieder tot. Oh, das gutzt mich gerade. Oh, du bist halb am Verrecken und dann steht da dieses Viechdinger, ich muss noch ein bisschen auf dich einschlagen, damit du auch noch schneller stürzt. Was ist die jetzt eben? Ja, nice, der Milch! Nein, ich will hier raus! Also, äh, 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 ich muss dir doch mal schlagen, damit du dir haben kannst. Oh, ich muss ja ein bisschen Energie haben, gerade. Kann ich, wie kann denn, da habe ich keine Werkbank? Nee, gar nichts, ne? Ah, ich habe nichts getan. Ich habe nicht mal was für irgendwas getan. Ich habe kein... Ach, Leute, ich liebe manchmal, ich so Spiele. verrecke, lieber, ein bisschen noch. Ich habe noch keinen fucking Filter mehr. Ich weiß ja, die ist ja. ich was ich machen soll ich habe keinen filter mehr der möchte mich nicht mehr lassen dieses spiel regt mich einfach gerade auf ich kann nicht weiter machen kann so nicht ich kann ja nicht so machen sogar zu zerknicken ich habe keine ahnung ich kann ja nicht wenn ich wenigstens die werke wo ich noch mal neue filter machen könnte oder wird irgendwie so die richtung ich komme nicht mal mein inventar ich habe ja aber keins also also dieses spiel mag mich einfach nicht mehr dieses spiel mag mich einfach nicht mehr ja genau oder weiter ich weiß muss ja irgendwie möglich geben neue filter zu machen oder sonst muss ja irgendwie gegeben oder irgendwas dergleichen wie gesagt eine werkbank geben würde wo ich einfach mal sagen könnte okay ich kann mal filter machen eben gerade kurz komplett aber das gibt es ja schon mal nicht oder blieb ich habe jetzt gerade komplett daneben ich loot jetzt gerade ein bisschen aber ich habe keine ahnung was es bringt so und jetzt oder ist das gerade etwas scheißegal dass ich keine filter habe das wird tatsächlich da kompletten mit dem war einfach die ich meine das könnte ja auch die reise ist aber scheißegal sie dürfen nur nicht ins wasser oder so weil das wasser so extrem versorgt ist das wäre auch eine idee dass der boden unsere scheißegal ist nur die holzplanken weil ich habe gesagt keine möglichkeit mir gerade noch ein filter nachzumachen ich habe keine filter mehr an bord ich hab sicher ich habe Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.